Danke, Frau Vorsitzende. Frau Kommissarin, der vorliegende Bericht sieht ein stärkeres Mitspracherecht der Aktionäre bei der Vergütungspolitik in Unternehmen vor, mit dem Ziel, Transparenz zu erhöhen und bessere Corporate Governance zu erreichen. Ebenso sind zusätzliche Stimmrechte, höhere Dividenden und Steuererleichterungen für Langzeitaktionäre vorgesehen. Zweifellos war das Vorbild für diesen Bericht Frankreich, nämlich das Florensch-Gesetz vom März letzten Jahres, insbesondere der zweite Teil des Florensch-Gesetzes vom letzten Jahr, dass eben diese Punkte, nämlich die Stärkung der Aktionärsmitsprache bei der Vergütung, Steuererleichterungen, doppelte Dividende und doppelte Stimmrechte vorsieht. Es kommt aus Frankreich viel Kritik an diesem Gesetz, aber auch von Bloomberg kommt Kritik, nämlich in dem Sinn, dass gesagt wird, dass doppelte Stimmrechte dominante Aktionäre bevorzugen. In Frankreich ist das der Staat und Minderheitenaktionäre benachteiligen. Ebenso in diversifizierten Wirtschaftsräumen institutionelle Investoren bevorzugen. Also das ist sicherlich als Kritik ernst zu nehmen. Es gibt aber auch etwas Positives, das ich besonders herausstreichen möchte. Thank you very much, Mr. President.